Kommt! Matthes, die ist Verteidigung! Mach defensibel! Jawoll! Jawoll! Ja! Scheiße! Schauen wir oben! Bremse! Ja! Der ist ja auch nicht mit kleinem Stilz, aber der ist weg der 2-Stilz. Was nicht heißt, dass du dich jetzt irgendwas schenkst. Aber die haut er halt mit Wurz raus. Ich versuch so reinzukommen. Weitest so. Jörg! Hörg! 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 Ganz gute Bilanz, hm? Nicht schlecht, dass du dich denken willst. Hörg! Hörg! Stopp! Kämpfer in die Rehlen. Alles, ne? Hörg! Kommt! Wie vorhin erklärt, die 10 Punkte wurden nicht erreicht an der 2 Minuten. Zumindest kein eindeutiges Ergebnis. Komm an den! Hörg! 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 Irgerho! Arger! Bring nicht die Schläge! So geil! Ja? Hörg! Öh, genau! Dann müssen wir 30 Sekunden rumtrennen! Ihr möchtst nochmal daran erinnern? Stopp! Dass dadurch Verletzungen entstehen! Und bis auf weitere 3 Treffer! Christoph! Komm!